Wie wir alle wissen, sind wir leider immer noch in der Corona-Pandemie, leider Gottes. Und viele Menschen haben sich in dieser Zeit die Sinnfrage gestellt. Was meint ihr, ist die Arbeit in der Wissenschaft grundsätzlich sinnstiftender als die in der Wirtschaft? Würde ich jetzt mal Petra angucken. Also ich finde es sehr, also ich möchte da auch diplomatisch drauf antworten, aber bin natürlich auch durch meine Perspektive geprägt. Also ich empfinde meine Arbeit als sehr, sehr sinnstiftend. Und sie ist einerseits sinnstiftend in dem Bereich, neue Erkenntnisse in der Forschung zu entwickeln. Aber ich glaube eben auch, dass ein ganz großer Teil unserer Arbeit auch ausmacht, was wir letztlich jungen Menschen mitgeben in ihre Wege, die weit verzweigt sein werden, die in die Unternehmen gehen werden, die in der Wissenschaft bleiben. Und ich glaube, das ist ein Beitrag, den man vielleicht dann nicht letztlich in Produkten oder wenn man jetzt beim anderen Thema Anwendungen messen kann, sondern ich glaube, das ist eine Sache, die eben noch ein ganz anderer, also gar nicht so quantifizierbar ist, aber die mir sehr, sehr viel Sinn gibt. Also ich finde die Arbeit an der Universität, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich für diese Karriere entschieden habe, sehr, sehr sinnstiftend. Also es macht mich sehr glücklich. Ich finde die Interaktion auch mit Studierenden toll, mit Promovierenden. Ja, sehen, wie die Leute sich weiterentwickeln, wo die hingehen. Das empfinde ich als einen ganz, ganz großen Vorteil dieser Arbeit. Es hängt mit Sicherheit sehr, sehr stark am Unternehmen ab. Also es gibt mit Sicherheit viele Unternehmen, in denen ist man das sogenannte kleine Rädchen irgendwo ohne besonders viel Einfluss. Für mich persönlich war es immer etwas, was sehr wichtig ist, dass ich halt wirklich direkt auch einen Einfluss merke und sehe, was ich da mache. Also ich war vorher, bevor ich bei Quantilov quasi ein Start-up angefangen habe, in der Beratung, wo man eben auch die Möglichkeit hat, relativ schnell eben auch zu sehen, was da passiert. Grundsätzlich habe ich jetzt in meiner täglichen Arbeit schon deutlich mehr den Eindruck, dass ich was bewege, als durch die Paper, die ich geschrieben habe. Sagen wir es mal so, dass man direkt Sachen verändern kann, dass man auch Produkte auf den Markt bringt, eben auch sieht, dass diese Produkte verwendet werden, dass die tatsächlich eben auch die Arbeit von vielen Unternehmen verändern, in unserem Fall hoffentlich auch erleichtern. Und zu sehen, dass das eben jetzt auch keine fünf Jahre dauert, wie so eine typische Publikation ein bisschen mal irgendwann durch ist, sondern in sehr schnellen Zyklen passiert, stiftet mir zumindest persönlich schon sehr viel Sinn, weil es einfach Spaß macht, das direkt zu sehen und einfach deutlich tangibler ist, als ein Paper, was vielleicht gelesen wird oder vielleicht auch nicht, vielleicht zitiert wird, vielleicht auch nicht. Aber was damit genau passiert, ist ja eher abstrakt. Sehr abstrakt, ja, absolut. Und das zu ergänzen, aus meiner Sicht hat dieser Impact zwei Komponenten. Zum einen, je kleiner die Einheit ist, in der man unterwegs ist, desto mehr kann man persönlich erreichen und je höher die Dynamik ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein Startup habe, das ist natürlich viel wichtiger, ob ich performe als einzelner Mensch, genauso wie bei einer Uni, die gerade gegründet wird oder auch vielleicht bei einer neuen Einheit, einem Großunternehmen, was aufgesetzt wird, also E-Commerce oder jetzt erneuerbare Energien. Das heißt also, ich würde Studenten immer empfehlen, geht irgendwo hin, wo Wachstum ist und wo ihr eine kleine Einheit habt und dann da ist immer noch die Möglichkeit, auch im Team irgendwie erfolgreich zu sein. Während wenn man in so einem Bereich ist, wo es stagniert oder schrumpft, da kämpft man immer mehr gegen die anderen, als dass man irgendwie gemeinsam an einem Strang zieht. Und das ist auch egal, ob das jetzt Wirtschaft oder Wissenschaft ist. Also es gibt ja auch stagnierende Fächer oder auch stagnierende Unis, das ist auch kein Spaß. Ja, und zum Thema Einflussnahme möchte ich auch nochmal sagen, aus der Wissenschaftsperspektive, letztlich, wenn man in einer Position gelandet ist, in einer Professur im deutschen Hochschulsystem, ich sage immer, wir sind Franchise-Nehmer der Uni Hamburg. Das heißt, wir laufen unter dem Motto Uni Hamburg, aber wir sind eigentlich Kleinstunternehmen. Also man ist da in seiner Gruppe. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass man unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Also da würde ich dann auch widersprechen, dass man wirklich einfach sagen kann, ja, ich kann die Forschung machen, die ich möchte. Ich habe akademische Freiheit. Ich kann in der Lehre, ich meine, okay, ich muss mich natürlich ein bisschen an die Grundlagen und Ähnliches halten, aber später, ich kann meine eigene Forschung präsentieren. Ich kann selber Punkte rausarbeiten. Ich kann mir das komplett frei einteilen. Also ich finde, das ist schon auch ein Bereich, der in der Wissenschaft auf jeden Fall gegeben ist. Und ich glaube, diese Freiheit zu entscheiden, was man machen möchte, das gibt es in keinem anderen Umfeld. Obwohl, da würde ich auch gerne nochmal einspringen. Also da würde ich schon sagen, man hat schon ja sein Forschungsthema und da kann man so ein bisschen rechts und links von. Aber letztendlich, das ist das Thema. Da kommt man nicht mehr so ganz raus. In der Wirtschaft kann ich mich komplett neu erfinden. Und das kann ich alle zwei Jahre machen. Also da kann ich komplett mit meinem Know-how kann ich wechseln. Das ist gang und gäbe, dass man da die Firma wechselt. Das finde ich in der Wissenschaft ist nicht so gegeben. Klar, man hat in sich dann natürlich sehr viele Möglichkeiten, aber man ist schon in so einem gewissen Korsett drin, in dem man sich bewegt. Wenn einem das natürlich auch genau das ist, was man machen möchte, perfekt. Das ist natürlich so das Thema der Spezialisierung. Und ich sage mal, als Professor hat man dann ja meist, oder Professorin, wie soll man sagen, ein ganz spitzes Thema, auf das man dann spezialisiert ist. Ohne dem geht es ja auch nicht. Das ist ja auch im deutschen System so ein bisschen so angelegt. Und darum gleiten wir sozusagen jetzt in das nächste Themenfeld über, das der Sicherheit, haben wir das mal unter uns genannt. Und die erste Frage ist die. Die wissenschaftliche Karriere ist ja häufig eher von Unsicherheiten geprägt. Also ich meine, der Weg ist ja meistens lang und steinig, ehe man dann endlich die Professur hat. Lohnt sich dieser Aufwand überhaupt? Und unter welchen Bedingungen? Und unter welchen Bedingungen?